Hallöchen und herzlich willkommen meine kleinen Kartoffelchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mine, Krafte, Frohsinn mit der Jojo. Hallo Jojo. Hallo. 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 Hi. Hi. Na? Na du? Gut. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir das hier weg machen. Und ich hab jetzt, oh, Entschuldigung. Ich hab mir jetzt gedacht, wir sollten das mal irgendwie hin... Lol. Nein! Nicht noch mehr abbauen. Ich hab doch nur die oberen abgebaut. So dumm bin ich doch auch nicht. Gut. Weil wir lassen das jetzt erstmal so und jetzt machen wir hier noch eins breiter. Ich hab das jetzt so zwischen den Aufnahmen einfach so beschlossen, dass das jetzt hier anders aussehen muss. Ansonsten gefällt mir das nicht. Okay. Tut mir sehr leid. Ist okay. Wir haben uns so viel Mühe gegeben in der letzten Folge, das ja alles nach unserer Zufriedenheit hinzukriegen. Nach deiner. Und jetzt haben wir es doch nicht geschafft. Hallo? Das hört sich jetzt... Oh. Ganz viele Leute haben in den Kommentaren geschrieben, dass es super gut aussieht. Ja, ich hab ja auch nichts gesagt, oder? Doch. Nein. Doch. Ein Bildung. Indirekt hast du das. Hab ich nicht. Doch. Nein. Sing doch jetzt mal bitte nicht. Was hast du gesagt? Nichts. Nichts? Ja, nichts. Hör es noch irgendwo an. Hör es ab. So. Und hier unten, hab ich mir jetzt gedacht, komm mal hier her. Hier so rechts rein, ne? Hier so. Ja. Könnten wir theoretisch einen Kistenraum machen. Ja. Ja, stimmt. Dann könnten wir das, was hier oben ist, auslagern. Und dann sollten wir unsere Kisten, die wir bisher hier haben, nehmen und da unten reinballern. Meinst du jetzt? Willst du es noch weiter ausbauen oder einfach hier hinstellen? Nein, schon noch weiter ausbauen. Kisten da oben halt. Hä? Aber warum? Du kannst es doch eigentlich theoretisch dann auch hier vorne hinstellen, dann hier wieder? Dann ist das doch auch ganz gut. Ja, aber das gibt doch nicht viel zu viel. Das gibt doch... So viele Kisten werden wir jetzt auch nicht haben. Aber ist okay, brauchen wir den Raum? Okay, du hast recht. Nein, geh weg! Ne, 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 wir landen, ist das ja schon. Dann müssen wir das aber schön machen. Ja. So sieht doch hübsch aus. Warte mal, können wir das nicht irgendwie so setzen? Sehr gut. Wir können das aber richtig professionell machen. Wir sind professionell. Und dann hier noch das hier so ein bisschen. Und jetzt stopp. Warte. Hast du noch Holz? Nö. Das heißt, du musst jetzt erstmal wieder Holz holen gehen. Ich geh Holz holen. Wir gehen zusammen Holz holen. Okay. Was wurde denn eigentlich in der letzten Folge von Fabi gemacht? Ich hab da noch gar nicht nachgeguckt. Was wir gemacht haben? Oder... Ja. Äh, die Piste. Ach, die Piste. Okay. Ja, das außerhalb, das hat hier nichts mit dem zu tun, was wir hier gerade bauen. Okay. Gerade so wieder einverstanden. Ja, das wäre mir egal gewesen, ob du einfach schon bist oder nicht. Oh, wann die Piste. Soll ich sie dir gleich zeigen? Ja, bitte. Da hinten, ich seh sie. Geh Holz hacken. Du. Du. Okay, ich geh jetzt Holz hacken. Wir wollten das zusammen machen. Ja. Tut mir leid. Schon okay. Manchmal vergesse ich einfach, was ich zu anderen Leuten gesagt habe. Ja, ist okay. Jetzt ist es dir wieder egal, ne? Wow. Typisch Frauen, Leute. Wenn ihr eine Frau seid, dann, äh... Ja. Macht uns nicht immer verantwortlich für Sachen, die wir nicht gemacht haben. Hallo? Wofür habe ich den nicht den gerade verantwortlich gemacht? Für... Au! Genau, für das mache ich dich jetzt aber verantwortlich. Das glaubst du mir wieder nicht, ne? Hallo? Was denn? Ey, mit was schlägst du mich? Wieso? Ich bin ja fast tot. Nee. Doch. Nee. Das geht nicht. Was ist das denn hier? Oh. Hä? Was ist das denn? Das hast du bestimmt irgendwann mal hier hingebaut. Nein. Und du ist jetzt so, als ob du es nicht wüsstest, was es ist. Ich meine, das ist wirklich ernst. Ich war das wirklich nicht. Ja, genau. Das glaubt ihr mir jetzt nicht, weil ich immer so scheiße baue, aber das war ich wirklich nicht dieses Mal. Gehen wir mal nach der Piste gucken? Ja, okay. Aber du glaubst, wenn du es mir glaubst. Nee. Ey. Okay, da hinten sieht es ja schon mal schwer danach aus, als ob man da kräftig runterrattern kann. Ja. Wir sollten uns vielleicht einen Schlitten bauen. Warte, mach ich. Machst du das jetzt echt? Hier steht ein Crafting Table, ne? Oh nein, den hab ich ja sogar hingestellt. Oh nein! Nein. Jetzt hab ich mich wieder selbst ausgetrickst. Ja. Sag mal, das könnt ihr jetzt aber hier auch mal schna... Ja, nee, wir fahren zusammen. Ja, aber das ist ja nur ein Einmalboot. Du sitzt vorne und ich sitz hinten. Das ist aber nur ein Einmalboot. Du hast gesagt, sie mal rein. Okay, da passt du auch rein. Okay. Ja, ich bin nicht so fett. Also ich bin schon fett, aber nicht so fett. Nein, das finde ich. Doch. Wobei, Fabi hat ein bisschen weitergebaut hier. Oh Junge. Oh komm, jetzt setz dich rein. Okay, also wir kümmern uns hier scheinbar eher um die... Kannst du erzählen, wenn wir runterfahren. Wir kümmern uns ja scheinbar so ein bisschen um die Ausstattung unseres Iglus und unseres Hauses da hinten. Yay, wir sind unten angekommen. Und jetzt zurück zum Iglu. Los! Okay. Und Fabi kümmert sich so ein bisschen um die Ausgestaltung unserer Welt. Finde ich eigentlich fürs Erste... Fahren wir ein bisschen Ski? Ja, weiß nicht. Warte mal. Nee, wir fahren komplett gerade. Okay. Das hast du jetzt extra gemacht. Ich wollte gerade sagen, das machst du doch extra. Ich wollte übers noch fahren, ja? Ja, genau deswegen. Weil das nochmal stecken bleibt. Du weißt, dass links von uns zwei Schneecreeper sind und ein Zombie. Drei Schneecreeper und ein Zombie. Wo denn? Ich bin weg. Der Zombie kommt zu dir. Oh, oh, wow, 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 wow. LOL, guck mal. Achso, das ist so die perfekte Falle eigentlich. Wenn du das hier stehen lässt. Warte mal. Ich will mal wissen, ob es bei den Creepern auch geht. Warte, kann ich mit denen jetzt fahren? Oh. Wow, Vorsicht. Renn, 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 renn. Renn, 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 renn einfach. Ich kann nicht rennen. Renn einfach. Renn, renn. Hier hast du ein Boot. Das hilft mir nicht. Warum nicht? Hast du das Boot gesehen? Das ist wieder gelandet. Ja, es ist gelandet. Toll. Schön für das Boot. Au. Oh, Mann. Hast du Holz? Nein. Ich schon. Ja, doch, habe ich auch. Stimmt, ja, ich habe ja gerade fahren. Was willst du für Holz? Was hat nicht gesagt? Okay. Okay, okay, okay. Wo willst du denn hingebauten? Wenn du verwirrt sein darfst, dann darf ich das auch. Wo darf ich? Hier, so? Nein. Doch, so. Nein. Warum nicht? Wir brauchen... Juju, bitte. Wie willst du es denn sonst machen? Bitte, Juju, bitte. Einmal in deinem Leben. Jetzt geh mal weg hier, bitte. Das ist ja wirklich professionell. Wir brauchen Ressourcen sparen. So, und jetzt können wir nämlich, wenn du eine Kiste hast, drei Kisten übereinander stellen und kriegen die oberste Kiste sogar noch auf, weißt du? Das will ich versuchen. Merkst du, was ich will? Merkst du? Warte, 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 warte. Siehst du, siehst du? Bevor du Eigenlob ausschenkst. Warte, warte, warte. Warte, warte. Wir könnten diese Lücke hier zwischen dem Baumstamm und dem Baumstamm noch ein bisschen perfekter ausnutzen, wenn wir das Ganze auseinandersetzen noch ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Ich bin Juju, ich verstehe nur Bahnhof. Ich finde die Idee gut. So, siehst du, jetzt kann man da, da und noch eins oben drüber, eine Kiste hinsetzen. Und dann können wir theoretisch das hier alles nochmal wegmachen. Ja. Aha. Aha, okay. So. Und nein, das bleibt. Sieh, das bleibt wirklich, wenn ich da das wegmache. Voll akzeptiert. Das bleibt. So, was, ich hab' ich falsch gemacht. Nein, warte, das war auch falsch. Stopp. Zurück. Warte, warte, ich mach, ich weiß, was du meinst. Ich hab' dich verstanden. Nee, warte, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Nein, jetzt ist es doch auch falsch. Hä? Genau so. Jetzt ist es gar nicht so. Nein. Was ist denn jetzt? Mach' ich das eigentlich jetzt? Nein, lass' es da. Wie, du hast gesagt, du hast es da. Jetzt mach' den Stamm hier noch weg. Alter. Mach' den Stamm da noch weg. Oh, mein Gott. Mann. So? So? Ist das doch richtig? Ist das so jetzt richtig oder nicht? Ich weiß es gerade nicht. Warte, lass mich mal kurz hier verliegen. Du bist ansteckend. Du bist ansteckend. Nein, lass' es doch. Das ist richtig. Nein, das ist falsch. Mach' das weg. Kannst du mal hier in die Mitte, wo der Holzbock ist, noch eine Kiste setzen? Nein! Das sieht scheiße aus. Kann man das so lassen, ne? Das sieht scheiße aus. Was machst du da, wenn ich erzähle? Okay, wir gehen wieder zu den Anfängen. Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Halt mal deine Schnauze. Halt, stopp! Nein, ich will hier. Du hältst jetzt deine Schnauze. Nein, du hast doch keine Ahnung von dem, was gut aussieht. Du blöde Gru. Weg, Alter. Das kommt jetzt wieder in die Mitte. Warte, du hast... Das muss auf jeden Fall zu. So, guck, jetzt ist perfekt. Jetzt bauen wir hier die Truhen hin und bauen das die seitlich wieder zu. Jetzt passt das perfekt in die Mitte. Ja, aber wir müssen das jetzt noch verschönnen. War das jetzt so schwer? Ich hatte nur einen Denkfehler, okay? Hallo, kannst du mal weggehen? Geh mal weg. Okay, da oben. Nein, wir setzen da keine ganzen Blöcke hin. Wie? Ist doch egal. Nein, das ist nicht. Das sieht doch niemand. Wir kommen, wir setzen da nur halbe Blöcke hin. Das ist ressourcensparend. Oh, du bist so süß. Hast du noch Kisten? Ich hab noch drei Kisten. Sei leise. Wie viele brauchen wir noch? Für den Schrank geht keine mehr. Sieht das nicht gut aus? Warte, stell dich nochmal daneben. Ich mach noch einen Screenshot. Okay. Okay. Oh, warte, warte. Oh, Crap, war der Screenshot geil. Okay, so lassen wir den. Ja, ich weiß. Jetzt machen wir den auf die andere Seite nochmal. Okay. Deine Ideen sind so gut, Juju. Ich wollte es dir nur sagen, ja. Also ohne dich wäre ich ein Stückchen Kot. Lüg nicht. Was? Hast du das so gesagt? Ohne dich wäre ich ein Stückchen Kot. Ach so. Ach so. Ja, Kot nehme ich. Das hab ich mir nicht gedacht. Boah, Willi, jetzt geh da mal weg. Du bist fett. Ja, ich weiß nicht. Da oben kommt doch kein... Das interessiert doch niemand. Geh jetzt weg. Du hast es falsch. Du hast da Dreck noch liegen. Typisch Mandel. Ich geb dir gleich mal Dreck. Ja. So. Ich setze bitte... Was? Du hast eine Kiste gemacht. Genau eine. Wie viel braucht man denn? Boah, echt jetzt? Ja, sechs. Oh, tut mir leid. Wir brauchen ja aber noch mehr, weil wir machen ja den ganzen Gang damit voll. Wie den ganzen Gang? So viele Kisten brauchen wir gar nicht. Doch, wir brauchen so viele Kisten. Nein. Dann machen wir... Okay. Okay. Ich find. Ich find. Okay. Wir hören jetzt auf. Es reicht doch mal. Guck. Es reicht doch. Es reicht doch mal. Oh Gott. Fast ein Kampf gekriegt gerade. Ja. Oh, ich will auch. Nein, nicht den ganzen Scheiß. Nur Cobblestone. Hab ich doch. So, und jetzt brauchen wir Schilder. Oh, ich hab Schilder. Und jetzt machst du an das Ding dran. Ja, wie geht das? Shift. Ja. Und da schreibst du jetzt Cobblestone dran. Nein. Ich kann auch Bruchstein draufschreiben. Nein, Cobblestone. Warum? Cobblestone. Warum? Und dann unten drunter Bruchstein. Warum? Weil ich das so sage. Ich bin ein Opa. Okay. Das heißt, okay, Opa. Okay, Opie. Opa. Cobblestone. Schreppe mit zwei B, ne? Ja. Okay. Ich warte gespannt darauf, dass du es endlich hinschleipst. Nein, ich schreib mal das so. Ich hab keine Ahnung. Dann drückst du doch einfach mal ab. Schreib mal das so? Cobblestone, Bruchstein. Ja. Hervorragend, Juju. So, jetzt machst du bitte hier an die mittlere Kiste. Ja. Holz. Oder auch Wood. Wood. Okay, okay, das kriege ich hin. Wood. Holz. Und jetzt kommt an ganz oben die Kiste. Moment. Jetzt hast du keine Schilder mehr, wahr? Doch. Ich will nur. Geh weg, Opa. Hoh ab. So. Gut. Ich hab. Okay, jetzt. Hat er zwei dich? Ja, jetzt machst du da... Erze. Oder auf Englisch auch, ich glaub, Minerals oder sowas. Nein, ich schau dir jetzt aber nur erzählen. Ja, gut. Gut. Hauptsache vorher immer Deutsch, Englisch, die Kombi. Und jetzt einfach nichts. Sag mal, wie lange nehmen wir denn auf? Ja, das ist die Frage. Alter, wir nehmen ja schon lange genug auf. Wir haben schon eine ganze Folge wieder gefüllt. Mann, sind wir gut. Nee. Nee, 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 nee. Wir machen jetzt weiter. Nö. So. Nö. So. Nö. Definitiv. Gut. Dann übernehme ich jetzt die Folge. Hallo. Und mit diesem wunderbaren Wörtchen Hallo sagen wir Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. In Minecraft Frozen mit der Juju und wahrscheinlich, wir gucken mal, ob der Fabi dann auch wieder mitmacht. Und mit dem Willi. Genau, mit mir. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ja. Hier ist er kackt. 15 Minuten über die richtige Position der Kisten gelabert und uns natürlich noch ordentlich in die Haare gekriegt. Besser kann es ja nicht laufen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr bei einem Kommentar und einer Bewertung freuen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.